...was bisher geschah. Das ist so Marco... ...ver... ...weil... ...Mädel. Das ist ein komischer Kunde. Ein komischer Kauz. Gehen wir hier mal reden. Direktor... ...reden. Oder haben Sie etwas falsch gemacht? Ist das alles? Na gut, Max? Geh mit mir. Ich habe gerade gesehen, Nathan Prescott... ...weil eine Schraube. In der Mädchenruppe. Nathan Prescott. Du bist sicher? Ja. Er war in der Bühne... ...wählte zu ihm mit einem Schraube. Ich sah alles. Er war schlaube wie verrückt. Okay, schlau. 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 So, jetzt hast du das gesehen, ohne ihn zu sehen? Ich habe hinter dem Stall. Ich habe das Recht zu sein. Es ist die Mädchen. Ich weiß. Ich weiß. Ich möchte komplett klar sein, was passiert. Ich habe das Gefühl, dass ich ihn mit der Stadt verletzt bin. Herr Prescott ist von der Stadt der größte Schraube. Und einer von Blackwells' größte Studenten. Also, es ist schwer für mich ihn zu sehen, ihn zu verletzieren, in der Mädchen. Also, was passiert? Dann... Dann hat er geblieben. Ich bin hier raus, wunderschön, was zu tun. Du sollst ihn ihn? Das ist eine sehr schade. Ich werde das Thema persönlich schauen. Danke für meine Augen. Ich habe das auch richtig geblieben. Ich habe das auch richtig geblieben. Du solltest das Hallo sprechen. Ich habe das richtig geblieben. Wir haben das richtig gemacht. Wir haben das richtig getan. Wir haben das richtig getan. Oh, danke. Das gibt's ja, gell. Sie sieht so hoffentlich und schön aus. Ich frage mich, was zu ihr passiert. Hi, Mrs. Grant. Entschuldigung, Max. Ich weiß, dass jeder sich fragt, um eine Petition zu schreiben. Aber würdest du, Mrs. Grant, ein favor? Na klar, wie hört das mal an? Klar, ich habe immer Zeit für dich. Was ist die Petition? David Mattson, unser Chief of Security, möchte, um die Verteilung zu stellen. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy sollte ein High School sein, nicht ein High Security Penitentiary. Hm. David Mattson braucht noch eine andere Art, um zu harassen die Studenten hier. Max, das ist nicht über die Persönlichkeiten. Das ist über die Verhältnisse zu retten, und unsere Schule's Legacy von Freiheit. Sie wissen ja eine Menge. Sie wissen ja eine Menge. Wir unterschreiben die Petition. Wir wollen das nicht haben. Absolut. Wir haben jetzt den Typen vor Pfiffen. Der könnte uns jetzt gefährlich werden. Und wir haben jetzt die Überwachung ausgeschalten, um ihn zu überführen dafür. Wir sind sowas von tot. Wir sind sowas von tot. Main Building, Athletic Field, Dormitoris, Stella. Hey Stella. Wo können wir Stella reden? Okay jetzt. Hey, da Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Ich glaub schon. Ich glaub so. Wir sind glücklich zu haben, so einen übrigen Lehrer zu haben. Und ich mag eigentlich seine Arbeit. Ich auch. Seine New-York-Urban-Stuff ist großartig, aber ich bin glücklich, dass er zurück nach seinen oregonen Routen gekommen ist. Scheiße, die Ost-Kost-Elite. Es muss diese pretentiellen Gallerien die Mark Jefferson, die uns als Blackwell-Hicks zeichert. Plus, er ist ziemlich heiß für einen älteren Mann. Ohohoho, keine Chance. Keine Chance. Okay, wir sind schon mal nicht. Rachel Amber. Interessant. Interessant. Ich sehe, du lernst etwas Neues jeden Tag in der Schule. Wie gesagt, du hast viel zu lernen. Max. See you in der Klasse? Ja, machen wir. Jetzt will ich auch mal wissen. Kann man hier irgendwie... Also Tagebuch auf Tab, okay. Wir sind also Max. Haben wir noch andere Namen? Wir haben einfach nur Max. Okay. Wir müssen so ein bisschen so den Überblick behalten, wer was ist, weil sonst haben wir nämlich das Problem, dass wir fällig draußen irgendwo haben. Eine Nachricht von Warren. Okay. Eine SMS. Warren. Ich bin unser Bruder. Äh... Blavon? Ähm... Sorry, spät dran. Irrer Tag. Ich treffe dich am Parkplatz. Halt doch den coolsten Typen erschwer. Wirst du schon sehen. Und die Kamera ist breit. Bin gleich da. Hoffentlich. Wir müssen zum Parkplatz. Okay. 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 Ich geh besser in mein Zimmer und hole den USB-Stick. Ähm... Und hab mein Tagebuch zu öffnen. Ja, dann kann ich doch nicht... Achso. Ich muss jetzt auf mein Zimmer und war uns USB-Stick holen. Okay. Machen wir. Hier ist ein Boden. Da steht wieder was. Kurz hinsetzen. Nein, wir wollen uns jetzt nicht hinsetzen. Wir wollen jetzt... In unser... In unser Wohnhaus. Und ich wüsste wo das ist. Ist das hier unser Wohnhaus? Ne, das ist der Swimming Pool. Das ist der Swimming Pool. Ähm... Vielleicht müssen wir wieder einfach so normal zurück. Komme ich zurück in die Schule. Ähm... Da drüben vielleicht die... Da drüben vielleicht die... Na... Wohnräume. Wohntzungen. Da war Nathan Prescott, ist... Scareig. Ich war glücklich, dass ich ihn verhörte. Ha, natürlich hab ich ihn gemeldet. Evans Portfolio always looks so uber pro mäßig er ist, druck uns immer an was er so macht. Robert Capa? Robert Capa of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My, my. This quiet child loves things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege, I grant too many. I'd be honored, sir. This guy looks crazy, man. These photos are great. And Rachel Ambers face is... mesmerizing. Okay. Yeah, it's not bad. It's not bad. Also, er kann Aquarell fotografieren. Das kann nicht jeder. Wegweiser, okay. Was kann man da angucken? WTF? Ich will das bei dem Wegweiser lesen. Egal. Katzin. Ich muss mich in meine Wohnung und zurückgebekommen. Okay. Also, wir müssen uns erstmal in so ein Zimmer. Dann müssen wir bestimmt jetzt eine Frau und eine Mädchen vorbeide. Eine Weiber. Und die mobben uns hundertprozentig. Rachel owns me money. Pay up, bitch. Wir lassen das bestimmt nicht in unser Wohnhaus rein. Könnte ich vielleicht mal durch. Oh, schau. Look, it's Max Caulfield. The selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wave hipster bullshit. The Daguerrean processor. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh, wait. Hold that pose. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh, yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. I just want to get Victoria the hell out of the way. Sprinkler. Hey. Studio Samuel. There goes Samuel Da Vinci to paint the window. Okay, then we can go here quickly. Water pump. Use. Okay. What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah. Water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit cost? You look great. I can't even chill on the steps. Hm. Kannst du auch nicht. Alter. Sollst du ja auch nicht. Pass auf da oben Samuel. Fall nicht runter. Do you understand English? Get lost. Do you understand English? Get lost. Sabotieren. Jetzt haben wir's. Okay. Okay. Let's see if this works. Jetzt machen wir natürlich schön das Wasser an. Damit die schön nass wird und weg geht. So springen wir mal kurz, weil das haben wir ja schon gesehen. So jetzt passiert es. Jetzt geht Samuel mit dem Farb einfach nach oben. Wird natürlich runterfallen und wird sich schön einsauen. Batsch. Wir wollen. Oh Samuel, sorry. W-wett-wett-wett ist nicht gut für die Haare. Nein. Sorry. Get the hell away from me, weirdo. Hold on, hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I drive. It worked. Don't mess with Max, bitches. Legt ihr, legt euch nicht mit Max an. Hehehe, oh man. So, jetzt kommen wir halt nicht mal mit dir reden. Uh, hey Victoria. What do you want, Max? Trösten. I am sorry. That's an awesome cashmere coat. It was. But there will be another. Well, you always seem to know how to get the right outfit. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. Nice, bro. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck yourself-y. That was mean. But pretty funny. One of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Au revoir. Au revoir. Thank you. So a nice girl. So a nice model. And in the next episode. Max and Chloe, best friends forever. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Idiot.